So, jetzt haben wir, nächstes Fahrzeug, ein Highlight, absolutes Highlight. Er sagt selber, Limousine ist schon geil. Wenn es es auch nie original gegeben hat, das ist ja immer jetzt die große Diskussion von Anfang an. Es hat es nie gegeben, aber es ist trotzdem geil. Werdeck, ich bin aus Erhol. Wie kommen wir vom BIPen und die Anrund? Ich bin aus, ich bin aus. Du сделать, du bist raus. Ich bin aus Österreich, bis zum Beispiel einmal in der Anrund. Das sind die Wichtigste, ich habe zu sein. Ich habe den Blick, am besten in der Anrund. Ich bin aus der Aufklärung des Meknais. Die Anrund, der Mann, die zusammen. Es passiert, die was auch nicht so wichtig. Das ist die Meks, die Wichtigste. Ich bin aus, ich habe den Wisen. Ich habe das Sofische, ich wollte, ich habe das Glück. Ich bin aus, ich bin auf, wir sind auf. Ich bin auf, ich bin auf. Ich bin auf, die Verstuhl vom Beek. Es gibt noch nicht so viel, aber ich finde es richtig gut, vor allem die Farbe. Aber wir haben es bemerkt, es ist nicht ganz genau das gleiche Gelb wie das Original. Imola ist ein bisschen kräftiger, leicht kräftiger. Ich finde es aber auch geil. Also in dem Gelb, in dem Kontrast, finde ich es schon geil. Da habe ich schon gesagt, ist Imola schon wieder fast langweilig. Aber Original ist wie Original. Also das kommt mehr auf RS6. Sag es mal. Was hast du Krokusgelb? Krokusgelb habe ich. Tulpengelb und Krokusgelb. Ich habe die Farben. RS4 B5 Limousine 2,7 Liter Beethofer. Wo haben wir schon 2,8 oder 3 Liter? Nein, 2,8 Liter. Das ist eigentlich kein 2 Liter. Das ist schon ein 3 Liter Dieselblock mit dem Saugerkopf. Das ist alles original. Saugerköpfe sind drauf. Saugerköpfe sind drauf. Saugerköpfe sind drauf. Motor ist von wen gemacht? Von demjenigen, der das ursprünglich mal gebaut hat. Also Saugerköpfe sind drauf. Wir werden ja ganz gerne rum. Wir waren ja bei Reitz haben wir schon mal und haben das gefilmt. Da warst du ja sogar mit dabei. Geil? Wie geht es schon? Ambiente. Es wird romantisch. Ambiente hat man auch gesagt bei Frauentausch. Schönes Ambiente hier. Ambiente? Du meintest Ambiente. Genau. Mit Saugerköpfe. Downpipes wahrscheinlich. Software. No Lift Shift. Launch Control. Standardprogramm. Mittlerweile schon beim RS4 B5. 450, 480 PS. Was? Von der anderen Laderei? Ja. Du spinnst ja. Da sind Pleuel drin, Kalben drin. Alles Problem. Achso. 7800 PS. Gibt es eigentlich ein Auto bei RS Hotcard, das weniger wie ein 500 PS hat? Ja. Ehrlich? Ja, die ganzen alten Kisten. Ja gut. Die sind jetzt lauter nur eine Caddy mit 16V Vergaser zum Beispiel. Aber alles was so neu ist eigentlich nichts unter 500 PS. Ja, der hat irgendwie so knapp 480. Also TTRS quasi ist das schwächste Auto. Das ist aber nicht schlecht. Also wenn der TTRS das schwächste Auto ist, dann weißt du was los ist. Ja, viel Carbon, wie man es gewohnt ist von den RS Hacker Jungs. Die Welt, wo noch ein bisschen Platz ist. Entweder in schwarz Glanz lackiert. Carbon. Sogar der Ansau schlapp in schwarz Glanz lackiert. Deswegen sage ich ja, man kann sich so ein Auto hinstellen. Das gibt es ja nicht mehr so wie früher. Dass man auf einem Treffen steht und sagt so. Und dann siehst du die Leute, die dir so etwas davor stehen. Man steckt die zweitlos und dann halten sie die. Und dann weißt du eigentlich, dass du alles richtig gemacht hast. Weil viele Leute dann in den Motorraum reinschauen und sagen dann. Irgendwas hat er da anders gemacht. Ah, das ist auch noch. Schau, ich habe was er da gemacht. Und dann geht es los. So, dann sind die da alle mit dem Kopf drin. Dann gibt es ja die geilsten Bilder. Wo einfach nur zwei so Ärsche auf der Straße sind. Die, die da rausgeklappt sind. Wo die zwei Köpfe da komplett unten drin sind. Das geht jetzt bei den Motorräumen nicht so jetzt mal. Weil die sind relativ viel verbaut. Wenn so ein RS4 B5 schon mal geslegt hat. Da weißt du, was du da hast. Das ist krass. Krass am krass. Das ist das, wie sagen wir, mechanikerunfreundlichste Auto, was es auf der ganzen Welt gibt. Egal was du wechselst oder was du tauschen möchtest. Eigentlich musst du immer den Motor ausbauen. Das ist eigentlich das Beste. Grüße geht aus an Simon. Viele Grüße an dieser Stelle an Simons. Genau. Der, der gerade unseren RS4 B5 auf der Bühne hat. Und 50.000 Einzelteile verstanden sind. Gut, dass wir genügend Bühnen mittlerweile haben. Dass das Ding ein bisschen stehen bleiben kann. Genau. So. Kohlflüge sind auch verbaut in GfK. Man glaubt es nicht. Das Auto ist eigentlich schon breit. Meint dem Mann zu wissen. Hinten ist er originalbreit. Vorne ist er überbreit. Also das ist schon nochmal eine breitere Nummer. Warum braucht man das? Weil natürlich wieder ein Fahrwerk von uns verbaut ist. Ein sogenanntes Clubsport zweifach. gepfeffert. V3 mit HLS System. HLS 4 System. Also das kann anheben und absenken. Darum auch diese gewünschte Optik. Wir hätten heute eigentlich noch andere Feder mitbringen sollen. Weil die Jungs gesagt haben und hinten ist er noch nicht tief genug. Also ja gut. Das ist natürlich Ansichtssache. Aber weil natürlich die Kopflügel vorne im GfK ein bisschen weiter nach unten gezogen sind. Ist auch die Optik deswegen finde ich. Genau das was Sie sagen. Dass wir hinten noch ein bisschen brauchen. Okay. Ich finde es stimmig. Ich finde es richtig geil. Mir gefällt es. Aber trotzdem. Wenn man ihn anhebt beim HLS. Dann merkt man ganz schnell. Hinten hebt er noch relativ ganz weit. Und vorne nicht so weit. Das kriegen wir aber geregelt. Haben halt schon gerade gesprochen über die Sache. Wir werden wir dann definitiv hinten noch mit 20mm kürze Hauptfedern verbauen. Also beziehungsweise eher einen Schicker. Die können ja drüben eh bei Ihnen auf der Bühne alles machen. Und dann schauen wir uns das noch einmal ganz genau an. BBS E 89. Nexas. 88, 89. Ich meine es gibt es nicht. Da gibt es ja selbst anders wieder. Italien kann es geben. Das war WM. Aber von daher. Finger weg. So. Alles natürlich Carbon. Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Das ist jetzt ein Alcantara. Das hat es so in der Form nicht gegeben. Dann das ist normal ein richtig kreisliches Plastik. So rauer Plastik. Das ist auch mit schönen Leder überzogen. Aber in Originaloptik natürlich. Ein bisschen Carbon mit einfließen lassen. Auch wieder innen. Warum sage ich jetzt auch. Weil ich weiß jetzt nicht welches Video das zuerst könnt. Weil wir werden es genauso in der Reihenfolge wahrscheinlich bringen. Wie wir es jetzt abgefilmt haben. Und gehe ich davon aus. Weil ich spreche ja jetzt davor. Genauso wie wir es gehabt haben. Und verstehen die meisten Leute nicht um was das geht. Sondern es geht um das vorherige Auto. Um den S3 8L. Da wo wir auch schon durchgegangen sind. Haben uns das angeschaut. Mit den Carbon Einstiegsleisten. Die gibt es auch bei uns. Da habe ich auch noch welche übrig. Und ja. Wie gesagt. Das ist halt schon die geile Optik. Da haben wir die kleinen Sitze wieder. Wir reden wieder. Wieder. Von diesen geilen Sitzen. Die in unseren RS6 C8 aufgebaut sind. Immer noch die 991 Schalensitze. Da sind jetzt zum Beispiel schon diese Gurtdurchführungen gelb lackiert. Das war jetzt genau der Unterschied. Was ich gesagt habe. Vom anderen Fahrzeug. Vom S3 8L. Zum RS4 B5. Dass diese Gurtdurchführungen. Wenn die noch gelb lackiert sind. Das ist noch ein richtiger Hingucker. Wenn wir da noch mit dem Motorraum zumachen. Filmst du mal von vorne rein. Finde ich. Das ist die richtig richtig geile Optik. Dass du siehst. Der Kontrast durch die Scheibe. Finde ich geil. Und genau wenn du durch die Scheibe schaust. Sind dann solche Sachen dann. Wenn man von vorne rein schaut. Finde ich mal von vorne rein. Geht das? Geht der Spiegel. Reflektiert es? Nein. Carbonspiegel. Und dann. Jetzt haben wir wahrscheinlich das ganze Licht drin oder? Das ist das Spiegel. Und dann die gelben. Das sind halt die Akzente. Was du dann siehst von außen auch. Und das ist halt schon was wo ich sage. Ja. Das sind so. Gimmicks. Die wo richtig viel Geld kosten. Aber ohne die Gimmicks. Sind die Autos nicht perfekt. Und das ist halt bei den Jungs von RS Hardcore. Ist halt immer so. Da wo man sagt. Das Auto ist perfekt. Also man kann. Suchen. Was man will. Man findet genau das so. Wie wir es haben möchten. Mit Alcantara Himmel. Mit allen Carbon Teilen. Die wo dann irgendwann mal aus dem Himmel rausgeschraubt worden sind. Genau wie die ganzen kalten Griffe. In Carbon und so weiter. Das wo manche Leute überhaupt nicht interessiert. Wahrscheinlich 90 Prozent von den Leuten. Die schauen sich das Ding gar nicht an. Vor allem auf der vorderseite. Wie alt sind auf der vorderseite? Nein. Außer wenn sie einen Fliegel brachen oder was. Keine Ahnung. Aber das ist eigentlich jedes sinnloses Detail. Was es überhaupt gibt. Aber das haben sie wahrscheinlich drin. Wenn du einen Rechtslenker hast. Oder einen Linkslenker. Dass sie nicht da lange umeinander tun müssen. Weil sonst haben wir zwei verschiedene Himmel. Genau. Ja. Natürlich wieder mein Highlight. Die gelben Gurte. Da ist der Andi jetzt momentan mein neues Ding. Gurte, Gurte, Gurte. Vor Jahren war es ja noch Sitze, Sitze, Sitze. Jetzt sind Sitze und Gurte. Jetzt habe ich ein neuer Fetisch entdeckt für mich. So soll das sein. Und dann gehen wir mal auf die Rücksitzbank. Dass man das auch sieht von hinten durch. Find die auch noch richtig, richtig geil. Weil die Sitze ja serienmäßig von hinten ja auch Carbon sind. Und wenn du dann den Kontrast anschaust. Zwischen Gelb und Carbon. Und dann das Leder mit dem Alcantara. Und dann auch die abgenähten Nähte dann dazu. Find das einfach nur perfekt. Genau wie hier hinten wieder die ganzen Seitenwangen auch. Mit den abgenähten Nähten. Mit den Carbon drin und mit den Faden so. Richtig, richtig, richtig super. Kofferraum, darf man einschauen? Da haben wir jetzt keiner reingeschaut. Ich habe nicht. Ich soll nämlich da vorne nicht reinschauen. Ah, da ist das selbe. Da ist ein Offer da in der Seite. Ja, da sind noch ein paar Sachen bei Carbon machen. Da könnten ein paar Teile noch beim Carbon. Da ist natürlich dieser Griff drin. Natürlich hält das Ganze dann nicht. Ist schon klar. Da sind wir aber wieder genau wie beim A3 beziehungsweise S3 8L. Dass das gelasert ist. Im Alcantara. Angefertigt. Genau. Passgenau eingepasst. Dann so hier auch Alcantara. Dann können wir da wahrscheinlich noch ein paar Carbon-Teile rein. Krasser Scheiß. Also ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Ja. Vom Sound her. Sind wir natürlich gleich wie die ganzen anderen Autos. Er ist eigentlich relativ dezent. Gell? Was ist da für Auspuffer und lag drunter? Mithöpfe. 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 Also da ist noch alles drin. Original-Optik. Und hinten einfach das Heck bei der Limo. Ist halt schon richtig geil. Gibt es jetzt die Stoßstangen? Wird es ja mittlerweile schon fertig zum Kaufen, glaube ich. In Carbon, oder? Weil normal, wenn du die... Hecht Carbon-Hecht Stoßstange. Gell? Weil normal wird die aus zwei Stoßstangen gebaut. Und deswegen wird die hintere Stoßstange noch begehrter zum Kauf, wenn man die Gebrauch kaufen möchte. Weil jeder natürlich wie eine Limo baut. Der braucht natürlich dann so eine Stoßstange. Nackt ist inzwischen von Party Carbon. Gell? Aber ist voll Carbon, ja. Das wäre noch so ein Ding. Da könnte man wieder ein wenig so RSH hinter einem, wo man drüber lag. Oder Limo. Geil wäre natürlich jetzt auch, wenn du das mit Fanta oder sowas bekleben würdest. Ja, du weißt schon, weil es eine Limo. Wartwitz. Ja genau. So. Lustig, lustig, lustig. Was bei dem Auto drin ist, ist die Scheibe vorne links oben. Das Auto hatten wir das erste Mal dabei bei Old Trails. Aha. Und das ist gleich Platz 4 geworden. Top 4. Also Top 4, Platz 4. Das ist halt richtig geil. Und du merkst mal, dass das Auto auch gut ankommt. Das stimmt. Porsche nicht? Porsche war noch interessant. Porsche war gar nicht Top 16. Der war, glaube ich, zu neu. Also wenn du die ganze Kategorie anschaust, was sie ausgetucht haben, war er einfach zu neu. War eigentlich nur einmal allgemein. Ja, das ist mega. Richtig cool. Bremstechnisch, wenn die Performance wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Selbe Bremse, was wir verbaut gehabt haben fast. Nur vorne an der Sattel. 3,90, 3,60 oder? Wahrscheinlich. Zweiteilige Scheibe mit einem Aluminiumtopf. Eigentlich das Beste, was man kaufen kann für das Auto. So wie wir es in unseren RS4, B5 auch haben. Ja. Wie gesagt, mehr braucht man von dem Auto nicht. So. Also. Was heißt mehr? Also, ich glaube, so ein Video, wenn eine Stunde dauern würde. Aber das würde wahrscheinlich den einen oder anderen langweilen, dass man über ein Auto eine Stunde lang nur quatscht. Aber es ist einfach so. Ich habe jetzt, ich bin da jetzt schnell durchlaufen, jetzt um das Auto rum. Weil wenn man das noch ganz genau machen würde, würde man wahrscheinlich noch 5 andere Sachen finden. Und pro Teil. Und deswegen ist da die Zeit zu Ende. An dieser Stelle vor Ort bescheiden wir uns. War ein geiles Video. RS Hardcore RS4 B5 Limousine mit einem 2,7 Liter Block und mit einem Sauger 2,8 Liter Kopf mit 6,5 Liter. 6,5 Liter. 6,5 Liter. 6,5 Liter. Auch nicht schlecht oder? Also macht es gut. Servus. Sobald in. Auf Wiedersehen.